Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside Clips zu einem neuen Video. Seit gestern Abend oder vielleicht auch seit heute Morgen diskutieren ja viele auf Schalke wieder über die Torwartposition, denn es gibt Berichte zu Justin Hegeren und Ralf Fährmann, dass beide mit Schalkes Umgang überhaupt nicht zufrieden sind, dass beide mit ihren Rollen nicht zufrieden sind und deswegen vor allem auch Hegeren Schalke verlassen will. Es ist zudem von einem gewissen Wechselverbot die Rede und somit gibt es mal wieder Torwartdiskussionen ohne Ende auf Schalke und deswegen muss ich hier auf Schalke Inside Clips auch genau über das Thema nochmal ausführlicher sprechen. Wir schauen auf die Bandpersonalien, was ist da eigentlich los, warum gibt es einem auch Diskussionen um Justin Hegeren, was ist eigentlich Schalkes Gedankengang auf der Torwartposition und was wäre vielleicht auch das Beste aus meiner Wahrnehmung für Schalke, um hier vernünftige Lösungen zu finden. Also rein geht's in das Thema und meine Meinung zu Justin Hegeren und Ralf Fährmann werden beide Schalke verlassen. Gucken wir aber erstmal zu Beginn auf Schalkes Torwartteam, um vielleicht auch gewisse Dynamiken zu verstehen und um auch natürlich zu wissen, wo vielleicht auch gewisse Gefahren liegen, einfach diesbezüglich, was Schalke vielleicht auch jetzt zeitnah ändern sollte. Denn wir haben ja mit Ron Torben Hoffmann einen neuen Torwart verpflichtet, der als Nachfolge von Marius Müller geholt worden ist. Das heißt, wäre Marius Müller bei Schalke geblieben, dann wäre Ron Torben Hoffmann auch gar nicht erst gekommen. Ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute und wichtige Randnotiz, vor allem für das Thema Justin Hegeren, denn Torben Hoffmann war ja auch bei Braunschweig die Nummer 1. Das heißt, holst du dir einen wie Hoffmann zu Schalke, dann ist auch klar, dass er spielen will und deswegen ist er ja auch als neue Nummer 1 eingeplant. Dahinter gab es ja die durchaus überraschende Vertragsverlängerung von Michael Langer, denn es war ja so, dass Langers Vertrag ausgelaufen ist. Schalke bekannt gegeben hat, Stand jetzt wird sein Vertrag nicht verlängert. Es sah auch eigentlich dann danach aus, dass das nicht mehr passieren wird. Und dann gab es doch noch die überraschende Vertragsverlängerung und damit schien dann eigentlich auch schon Schalkes Torwart Trio für die kommende Saison zu stehen. Denn mit Langer hatte man dann eben einen erfahrenen Backup nochmal dahinter, mit Hoffmann die Nominale Nummer 1 und mit Luca Potlecht, den jungen Herausforderer. Denn Potlecht ist ja gerade mal 18 Jahre jung, gilt schon seit Jahren als das nächste große Torwart-Talent bei uns auf Schalke und soll deswegen auch seine Chancen bekommen. Er gehört ab jetzt fest zum Profi-Team, nimmt am Training der ersten Mannschaft teil, aber soll parallel Spielpraxen der zweiten Mannschaft sammeln. Aber so schien eben dann erstmal Schalkes Torwart-Team zu stehen. Allein deswegen war natürlich klar, hat Ralf Fährmann bei Schalke keine Zukunft mehr. Er wurde aussortiert, dem wurde schon vor Wochen mitgeteilt, wir planen nicht mehr mit dir. Das Problem von Ralf Fährmann ist aber, sein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr. Er ist einer von Schalkes Top-Verdienern und deswegen ist es natürlich auch schwer, dort eine endgültige Lösung zu finden. Vorerst ist er ja bei der U23. Und dann wäre da noch Leihrückkehrer Justin Hegeren, der in der vergangenen Rückrunde in Belgien gespielt hat und sich dort wirklich gut entwickelt hat. Er ist jetzt erstmal zurück von seiner Laie nach Belgien. Marc Wilmot hat schon vor ein paar Wochen bekannt gegeben. Eigentlich macht es für ihn keinen Sinn, als Nummer 2 zurückzukommen. Ein Wechsel konnte Thema sein, per Laie oder per Verkauf. Allerdings läuft auch hier sein Vertrag nur noch ein weiteres Jahr bis 2025. Ich finde aber, dass man hier auch aus Schalker Sicht vollkommen richtig handelt und die Torwartposition auch richtig einschätzt. Weil ich fand es richtig, dass man, wenn man Marius Mönner verkauft hat, auch einen neuen Torwart geholt hat mit Tom Hoffmann. Ablöse frei, kannst du dort wenig bis gar nichts falsch machen. Ich fand es auch richtig, dass man Michael Langer als erfahrenen Typen nochmal mit dabei hat. Ich fand es ebenfalls richtig, dass man Luca Potlick das Vertrauen schenkt. Und es ist ebenfalls grundsätzlich verständlich, dass man Hegeren jetzt erstmal zurückgenommen hat, sozusagen ins Training und bei Fährmann nach einer endgültigen Lösung sucht. Das finde ich ist erstmal vollkommen richtig und doch durchaus verständlich aus Schalker Sicht. Die Frage ist aber, was sehen denn eigentlich Hegeren und Fährmann vielleicht auch an den Planungen erstmal anders? Und darauf gucken wir jetzt nochmal gesondert. Legen wir dafür los mit Justin Hegeren, weil ich finde, dass diese Personalie in mir selber nochmal mehr und mehr für Diskussionsstoff sorgt. Denn Justin Hegeren spielt ja seit 2022 für Schalke. Er ist damals von Rot-Weiß Oberhausen zu uns gewechselt und galt als Torwart der Zukunft. Es war da schon so, dass man Schalke intern auf jeden Fall große Stücke an Hegeren gehalten hat. Allein schon Thomas Reis hatte immer wieder das Gedankenspiel gehabt, okay, vielleicht könnte er Schalkes Nummer 1 werden, aber es hat eben da noch nie so wirklich gereicht. Viele, die dann die U23-Spiele verfolgt haben, hatten auch die Meinung, Hegeren ist noch nicht bereit für den Profibereich, auch wenn er teilweise bedingt durch ein paar individuelle Patzer fand ich auf jeden Fall zu negativ gesehen wurde. Und dann ging es eben im letzten Winter zu Padro Eistenmas-Mechelen. Das war ja der Fall, nachdem er für uns in der zweiten Bundesliga zweimal jeweils gespielt hat. Es war ja so, dass Hegeren sich dann aber nicht als Nummer 1 sozusagen durchsetzen konnte, weil zum einen Marius Müller wieder fit wurde, weil Raphemmer wieder fit wurde und deswegen gab es eben dann die Laie im Winter in die zweite belgische Liga. Und dort hat sich Hegeren wirklich gut entwickelt. Er war ein halbes Jahr Stammspieler dort, hat achtmal zu Null gespielt und ich glaube, alle Beteiligten waren mit dieser Laie zufrieden. Deswegen wollte ihn Padro Eistenmas-Mechelen auch gerne nochmal ein weiteres Jahr ausleihen. Das Problem an einer weiteren Ausleihe ist aber erstmal grundsätzlich, dass sein Vertrag auf Schalke nur noch ein weiteres Jahr läuft. Das heißt, wenn Schalke ihn nochmal verleihen will, wenn Hegeren sich nochmal verleihen lassen möchte, dann müsste er seinen Vertrag dafür erstmal verlängern. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber jetzt, dass Hegeren laut der Bild-Zeitung, der Bericht wurde mittlerweile von den Ruhrnachrichten bestätigt, extrem enttäuscht ist über Schalke und deswegen am liebsten gehen würde. Denn es war eben so, dass Schalke ihm wohl im letzten Winter gesagt hat, geh nach Belgien, nutze das als Sprungbrett und dann hast du vielleicht auch die Chance, Nummer 1 auf Schalke zu werden. Das kann natürlich sein, dass man ihm diese Perspektive gegeben hat. Da muss man aber auch dazu sagen, dass natürlich auch da zwar schon Marc Wilmotz unter anderem als Sportverantwortlicher mit dabei war, aber natürlich jetzt auch Ben Manger in Sachen Kaderplanung erst recht so ein bisschen das Sagen hat. Aber natürlich auch auf der anderen Seite sich auch mal Torwartpläne ändern und man natürlich jetzt nicht aus Hegerens Sicht davon ausgehen sollte, direkt die Nummer 1 zu werden, wenn man ein halbes Jahr in der 2. Belgischen Liga gut performt. Denn, und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, klar hätte man sagen können, Marius Müller geht und Justin Hegeren planen wir dann als neue Nummer 1 ein, aber der Abgang von Müller war ja gar nicht mal zwingend eingeplant. Das heißt, Hegeren hätte auch gar nicht zwingend enttäuscht sein können, wenn Müller hätte verlängern können. Also dann hätte man ja auch nicht sagen können, jetzt bin ich aber enttäuscht, dass Schalke mit ihm verlängert. Das wäre vollkommen verständlich gewesen nach der Saison. Und jetzt hat man sich eben einen Ersatz für Marius Müller geholt mit Tom Hoffmann. Der ist als Stammtorwart eingeplant. Und gleichzeitig gab es eben die überraschende Verlängerung von Langer, das Hochziehen von Potlick. Und deswegen ist es auf jeden Fall so, dass Justin Hegeren laut Bild und Ruhrnachrichten enttäuscht darüber ist, dass er eben nicht das Vertrauen bekommen hat, eine neue Nummer 1 zu werden. Und ich finde es auf jeden Fall komisch, dass Hegeren diesen Anspruch bereits hat oder eben dann auf der anderen Seite enttäuscht von Schalke ist. Und deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall falsch. Und diese Meinung vertrete ich auch dann hier, dass seine Wahrnehmung dann irgendwo falsch ist. Denn wir reden hier über einen 23-jährigen jungen Keeper, der eben jetzt bei Patron Eistern-Masmechelen ein paar Profispiele gemacht hat, zuvor bei Schalke zwei Profispiele gemacht hat und viel mehr eben auch noch nicht. Ich persönlich glaube immer noch daran, dass in Hegeren Potenzial schlummert, um vielleicht mal Schalkes Nummer 1 zu werden. Ihm es aber gut tun würde, jetzt auch in der kommenden Sorg regelmäßig zu spielen. Und das sehe ich einfach bei Schalke Stand jetzt nicht. Wenn er aber dann jetzt sagt, okay, er will die Nummer 1 auf Schalke werden, dann kann er ja auch einfach bleiben. Also ich finde es dann immer ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, der Verein zeigt mir keine Perspektive auf und holt einen anderen Torwart, dann muss ich ja gehen. Nee, also Schalke kann ja auch einfach bleiben, sich als Nummer 2 erstmal festsetzen und dann einfach da sein, wenn er die Chance bekommt. Natürlich ist Tom Hoffmann nicht ganz so verletzungsanfällig wie Ralf Fährmann oder vielleicht auch wie Marius Müller. Aber es kann natürlich immer mal dazu kommen, dass er sich verletzt oder dass er vielleicht nochmal gesperrt fehlt. Und genau dann sollte man ja auch als jungen Keeper da sein. Wenn er jetzt nicht schon die Garantie haben, ja, du bist die Nummer 1 und alles andere ist wunderbar und es läuft automatisch. Da kann ich auf jeden Fall nicht verstehen, dass jetzt Schalkes Führungsetage wieder vorgeworfen wird, vielleicht auch falsche Versprechungen gemacht zu haben. Da hätte ich eigentlich von Hekerin etwas mehr Ehrgeiz erwartet, um sich eben dann als Nummer 2 erstmal anzubieten. Auf der anderen Seite hört man eben auch aktuell, zumindest laut der Bild-Zeitung und auch laut den Rundnachrichten, dass ihn Schalke erstmal als Nummer 2 auch sogar einplanen will, weil man vielleicht jetzt noch nicht ganz so davon überzeugt ist, dass Potlick die Nummer 2 sein könnte, wenn sich dann, oder die Nummer 1 sein könnte, wenn sich Hoffmann mal verletzen sollte. Aber auch hier ist natürlich das generelle Problem erstmal, dass sein Vertrag eben auch nur noch bei Hekerin ein Jahr läuft. Also das ist schon irgendwo eine relativ schwierige Personal, was die Zukunftsplanung anläuft. Aber, und ich finde das auch nochmal wichtig zu betonen, ich kann nicht verstehen, dass Justin Hekerin jetzt hier irgendwo Schalke einen Vorwurf macht, dass mit ihm falsch umgegangen wird. Da finde ich es auf jeden Fall ist die Meinung grundsätzlich falsch. Aber natürlich ist das auch ein grundsätzliches Meinungsvideo hier von mir. Auch ihr könnt logischerweise anderer Meinung sein. Und bei Ralf Fährmann kann man natürlich auch nochmal sehr viel darüber diskutieren. Da haben wir schon viel darüber gesprochen, deswegen muss das gar nicht mal so ausführlich sein wie Justin Hekerin. Aber es ist ja so, und das ist rein faktisch klar, Fährmann gehört aktuell nicht mehr zum Schalker Profi-Kader. Er ist zu U23 gegangen, er wurde aussortiert von Schalke. Auch das kann man ja so klar sagen, denn man plant in Zukunft ohne ihn. Das Hauptproblem bei Fährmann ist sicherlich sein hohes Gehalt, denn er ist trotz der zweiten Liga und trotz seines Status, dass er eben nicht mehr die Nummer 1 ist, noch einer unserer Top-Verdiener. Und ich glaube allein, das war schon ein großer Grund aus Schalker Sicht zu sagen, wir wollen gerne das Kapitel jetzt im Sommer beenden. Ob dann auch nochmal solche Dinge mitschwingen, wie, dass Dinge nicht mehr nach außen dringen, ob jetzt da nur Ralf Fährmann mit ranhängt oder auch noch andere Spieler, ist nochmal ein anderes Thema und für jede Interpretationssache selber. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, dass vor allem auch das hohe Gehalt eine wichtige Rolle spielt, dass einfach Schalke sagt, wir wollen gerne jetzt den Vertrag auflösen, wir wollen uns trennen, wenn auch ein anderer Verein kommt, umso besser, aber wir wollen auf jeden Fall über den Sommer hinaus nicht miteinander weiterarbeiten. Und hier wurde jetzt nochmal bestätigt von den hohen Nachrichten, dass Ralf Fährmann weiterhin mächtig verärgert sein soll über die Art und Weise, wie Schalke mit ihm umgeht und deswegen aktuell Abfindungsverhandlungen laufen, aber er auf keinen Cent verzichten will. Und hier gab es dann direkt nochmal von einigen Fans die Kritik an Ralf Fährmann. Ja, wenn er dann schon so einen emotionalen Instagram-Post schreibt mit seiner schwersten Zeit auf Schalke, dann fragt man sich auf der anderen Seite, warum muss er denn den Verein bis zur letzten Sekunde gefühlt ausnehmen und auf keinen Cent verzichten. Und ich finde es hier so ein bisschen zweigeteilt. Also ich kann Ralf Fährmann da zum einen verstehen, weil so viel Geld wird er von keinem anderen Verein mehr bekommen und den Vertrag hat ihm ja auch Schalke vorgelegt. Das heißt, er muss jetzt Schalke auch gar nicht mal zwingend entgegenkommen, aber ich bin auf jeden Fall dabei, und sage, ich finde es dann falsch, wenn man auf der einen Seite sagt, der Schalke bedeutet einem so viel und natürlich kann sich auch sehr schnell wieder irgendwas ändern, aber man eben auch ganz genau weiß, Schalke plant nicht mehr mit einem. Dann ist es schon irgendwo auch ein bisschen komisch, dann darauf zu beharren, jeden einzelnen Cent nochmal zu bekommen, den man dort bekommen könnte. Und da kann ich dann schon noch eine gewisse Kritik an Ralf Fährmann selber irgendwo verstehen. Ist für mich aber nochmal ein etwas anderes Thema als bei Hilkerin. Da kann ich wirklich seine Wahrnehmung nahezu gar nicht verstehen. Mal Fährmann noch einen Ticken. Aber auch hier wäre es sicherlich besser für Schalke, dann tatsächlich auch schnell eine Lösung zu finden. Und deswegen interessiert mich jetzt auch mal eure Meinung dazu, ob ihr denn die Reaktion von Fährmann, aber auch erst recht von Hilkerin verstehen könnt. Mein Wunschszenario, um das Abschließend nochmal klar zu machen, wäre es auf jeden Fall jetzt, dass man den Vertrag mit Ralf Fährmann zeitnah auflösen kann, damit es nicht noch mehr eine Schlammschlacht wird, die ihm nicht guttun würde, die Schalke nicht guttun würde. Oder da gäbe es am Ende nur Verlierer, dass man sich vielleicht finanziell gesehen ein Ticken entgegenkommt, dass Schalke vielleicht ein bisschen weniger bezahlen muss, als wenn Fährmann jetzt noch ein Jahr für uns spielt. Und bei Hilkerin würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass er einen anderen Klub für sich findet. Das ist aber auch schon meine Meinung seit einigen Wochen, weil ich sehe Hilkerin einfach nicht als Nummer zwei. Ich habe zwar das Szenario beschrieben, er kann sich ja selber damit behaupten, um dann vielleicht auch Hoffmann Druck zu machen und dann da zu sein, wenn er vielleicht nochmal verletzt ist oder gesperrt ist. Aber ich glaube, Hilkerins Entwicklung selber würde es mehr bringen, jetzt für einen Klub zu spielen, wo er Woche für Woche auch die klare Nummer eins ist und einfach dort auch Woche für Woche zeigen kann, was er kann. Und da wäre für mich eine Ausleihe, mein persönliches Wunsch-Szenario. Dafür müsste sein Vertrag verlängert werden. Ein Verkauf mit anschließender Rückkaufoptionen könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Realistisch, bedingt durch die ganze Geschichte, sehe ich aber jetzt tatsächlich eher nur, dass man Hilkerin endgültig verkaufen wird und noch ein bisschen Geld einzunehmen, aber ohne die Option zu haben, ihn irgendwann zurückzuholen. Das ist zumindest mein Gefühl, dass das das realistische Szenario ist, was ich schade finden würde, aber mein Gedankengang auch nochmal grundsätzlich unterstreicht, vielleicht nochmal auf der Torwartposition was zu machen. Denn ich kann auch Schalkes Gedanken durchaus verstehen, deswegen habe ich auch am Anfang geschrieben, es ist, Meinung ist richtig von Schalke, dass man vielleicht Portlach noch nicht komplett zutraut, die Nummer zwei zu sein. Und das hatte ich ja auch schon mal vor ein paar Wochen angerissen. Ich würde mir eigentlich noch eine klassische Nummer zwei wünschen, die diese Rolle voll und ganz akzeptiert, aber gar nicht mal zwingend spielen muss, wenn man eben dann sieht, okay, Portlach ist doch schon bereit, sollte Hoffmann ausballen. Denn ich bin immer ein Freund davon, auch junge Spieler ruhig mal reinzuschmeißen und auch ruhig mal mutig zu sein. Erst recht bei Torhütern, finde ich, kann man das mal machen. Das heißt, sollte Hoffmann mal ausballen, wäre ich schon dafür, dass man eben auch dann Portlach die Chance dazu gibt, sich in der zweiten Bundesliga zu zeigen. Aber während den Spielen, finde ich, muss Portlach nicht zwingend immer auf der Bank sitzen. Dann bringt es viel, glaube ich, mehr in der U23-Spielpraxis sammeln. Deswegen würde ich eigentlich gerne nochmal eine klassische Nummer zwei holen, die jetzt nicht zwingend den Anspruch hat, Nummer eins zu werden und nur für Sturm zu sorgen, sondern eher diese Rolle akzeptieren und eben auch akzeptiert. Wenn Hoffmann nicht spielt, dass dann sogar Portlach spielt, wäre zumindest dann mein Wunsch, den auch um diese Torhütern optimal begleiten zu können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es jetzt erst recht bei Hekerin weitergehen wird und deswegen können immer gerne eure Meinung hierzu und auch zu weiteren Videodeen für Schalke-Inside-Clips in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.